Oh, ich habe meine Waffe weggeworfen. Oh! Geaktiviert! Ja! Ich muss hier weg! Laser! Oh nein, pass auf die Mine! Pass auf die Mine! Oh nein! Ich habe gar nichts mehr verstanden. Was ein Chaos! Alter, ich bin einfach nur durch die Gegend geflogen. Ich habe ein Schwert. Du nicht, okay, ich verstehe. Willkommen zu Spidehack! Zusammen mit der kleinen Spinne. Hallo! Hallo, ich bin Itzi Itzi. Ey! Komm her! Du hast gesagt, du wolltest einen ganz normalen Start machen. Du bist so ein Mieser. Das Spiel funktioniert so, dass wir beide Spinnen sind und uns gegenseitig umbringen müssen. Wir hatten Klippo. Wir hatten Klippo? Ja, wir hatten Klippo. Okay, aber die Waffe ist, glaube ich, ganz cool. Ey! Oh, 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 oh. Naja, da kommt gleich noch einer hinterher. Und da, wo der eine ist, kommt noch einer. Von zwei Seiten jetzt! Nein! Nein! Au! Ja! Oh, guck mal, ich habe einen Laser, der kommt überall durch. Siehst du das? Ja. Das heißt, man muss ausweichen. Nee. Aber dann stirbst du, wenn du es nicht machst. Hallo, kleine Spinner. Hallo. Ich drücke immer die falsche Taste. Naja. Du krass, er ist der Beste! Oh, jetzt werf! Wie werfe ich? Genau so! Oh, aber! Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann ihm nicht ganz vertrauen gerade. Jetzt komm doch her! Ah! Nein! Ich gehe nicht! Nein, 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 nein! Oh! 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 Ich wollte mich durch die Gegend schwingen! Ich habe dich gewarnt vor der Waffe! Das stimmt! Ich habe vorsichtig gesagt! Geh weg! Du kannst mich so nicht... Jetzt! Oh, oh! Nein, ich will lieber das Ding! Ah! Ah! Mama! Oh! Alter, was war das denn? Das eine war so ein Schwert oder so! Ich habe ein Schwert! Komm mal zu dir, ne? Oh, oh! Ja! Komm zu mir! Komm! 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 Ich habe ein kleines Schwert! Das würde ich dir gerne mal zeigen, Palle! Ja! Komm! Oh, oh! Nein! Guck mal, da kommt es! Oh! Falsche Richtung! Juuu! 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 Das ist viel größer! Warte kurz! Mein Schwert ist viel länger! Ich muss hier weg! Das ist voll groß! Warte kurz! Nimm mein Schwert! Geh weg! Komm her, Luke! I am your butt! Uah! Der ist doch viel größer! Oh ja! Und mein Schwert auch! I'll be back! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Nein! Nein! Oh! 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 Ah! Guck mal, selbst die Anwesenheit mei- Was? Weil ich auch noch runter geschwungen bin! Ey, sorry, das macht ja gar keinen Sinn! Heheheh Oh-oh! 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 Jaaa! Nein! Ne, jetzt nicht wieder unentschieden, Alter! Danke! Gleichgewicht halten! Ja, schaff ich! Oh-oh! Das war aber richtig knapp gerade! Ähm... Weißt du? Wir können das eigentlich klären, ne? Komm mal die Waffe! Ja, komm doch! Oh, Alter, das war gut Wow, was für eine Riese-Explosion Wow Ja, jetzt ist es schwer Ja, schwer Wie hast du mich getroffen? So, was ist das? Eine Mine, glaube ich Oh, oh, weg damit Einfach wegwerfen Nein, ich nehme mich mit Ja, komm doch her Erst auf Distanz gehen und dann schieße ich Ich habe ein Schwert Wie hast du das überlebt? Oh, 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 komm her Ich habe das nicht so gut gelernt mit dem Spinne-Seil Komm her, kleine Spinne Oh, was? Oh, Gott Oh, oh, komm mit meinem Schwert rein Komm mit meinem Schwert Hat das deine Waffe verloren? Ja Ich komme Okay, ich verstehe Praktischer Rückzug Polarstern Okay, was kriege ich für eine Waffe? Oh, ja, ich habe ein Laserschwert Was ist das? Ja, ja, ich will es wieder zurück Äh Was? Du hast ihn abgewehrt mit dem Laserschwert Und jetzt schreibe ich genau nicht rein Oh, oh Nein, nicht schon wieder Ah, das fliegt da Komm, weil Oh Easy Das hat irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen Oh, oh Ja, das war jetzt nicht gerade die smarteste Entscheidung, die je getroffen war Ja, ich dachte, ich kann den... Oh, Maxify gewinnt gleich Ah, bei 10 Punkten ist Ende Okay Ja I understand Ja Oh Gott Äh Es... Meine Waffe hat einen Rückstoß Ich habe gewonnen Huah Huah Äh 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 Werf es weg, werf es weg Jetzt mal Äh Jetzt komm Ich nutze sie noch auf So nicht Ich habe eine große Schwert Ach, komm Ich kann jetzt zurückschießen Ha, oder auch nicht Hallo, mein guter Freund Komm mal her Guck mal, ich habe ganz große... Oh, 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 oh Meine Bombe Nein Meine Bombe Komm schon, Palle Wo willst du hin, hä? Oh, nee Was ist das denn jetzt? Werf sie weg Lass mich doch hier weg Ja Ah, okay, alles Okay Okay Ich habe einfach zugekriegt Ja Mit der Maus Also ich kriege das irgendwie nicht so richtig hin Mit Maus ist es leichter Ich weiß aber auch nicht, ob es an der Maus Oh, was ist das denn? Hau Oh, ich lebe noch Ja, noch Warum? Nein Was hast du das? Wir sind eine Welt, Rumpalle Ja, woher soll ich das denn wissen? Da ist ein Mond Rechts vor uns Ja, und? Ich kann ja auch auf einer Station sein, wo es... Das müssen die mir schon sagen Ja, das ist ein... Oh, guck mal, jetzt habe ich die Waffe Oh, Alter, was für ein... Oh, ey, wäre das ein Kill gewesen Das wäre richtig cool Hi Na Wie geht's hier? Das ist aber eine schöne Waffe Danke, du auch Äh, ich habe gar keine Oh Kleiner Missklick Ich bitte auch ein Schwert, bitte Bitte, ich mach... Ah, ah, ah Ah, ah Ah Ah, das sieht cool aus Ja Star-Gobert Der bin ich I-Beam-Star-Gobert Oh, ich habe ein Schwert Okay Cool Ah Ich mag... Ich mag... Ich mag... Ah, nee, das sind wieder so blöde Laserstrahlen, die dann... Die wieder zurückkommen Komm her, Balle Oh, nee, ich habe keine Waffe Komm her Komm her Ich saug dir auf Ich mach dich mit einem Laserschwert in zwei Teile Du bist gleich eine halbiete Schwinde Oh, nein Du bist nicht der Einzige Ja, okay Dann lass uns ein episches Eins gegen Eins machen Wie wäre es, ne? Okay Geh auf deine Waffe 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 Nein, wo ist mein Schwert? Ich habe ein... Schwert kommt zurück zu mir Hallo Nein, jetzt mein A Ja War das mein Schwert? Kann sein Diebstein hat man sowas auch Oh, was ist das denn? Warte, geh weg Ich habe Laser, ich habe Laser Nein Ja Unentschieden Okay, 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 okay Aber... Nein, ich habe... Will du zurück... Hier kriegst mein... Die Macht sei mit mir Ich glaube, hier unten ist ein besseres Schwert Aber nee, ist dasselbe Geh weg, geh weg Hörst du auf Hörst du auf Hörst du auf Aaaaaaah Nein Fass Juuu 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 Let's go Der Schüler besiegt den Meister Oh, ich habe meine Waffe weggeworfen Oh, die hat sie aktiviert Aaaaaaah Ich muss die weg Laser Oh nein, pass auf die Mine, pass auf die Mine Oh nein, nein, nein Aaaaaaah Juuu Ich habe gar nichts mehr verstanden Du hast ein Kaum Alter, ich bin einfach, einfach nur durch die Gegend geflogen Ich habe ein Schwert Du nicht, okay, ich verstehe Aaaaaah Juuu Juuu Oh, hallo, so sehen wir uns also wieder Ja, so sehen wir uns wieder Waaaaah Bist du verrückt, bist du verrückt, du bist Ja, ich habe überlebt, ich gebe dir meins Baaah Oh, was ist das denn jetzt? Ich hier eine Granate pass auf Oh, ah, nein, 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 nein Oh, um Ja Ach so, du hast ja gut Tennis gespielt mal wieder Ähm Du weißt, wie das Ding funktioniert? Oh nein, ich schweige es Oh, deine Granate Ich habe die gar nicht gecheckt Ah, nein, ich wollte auch noch Ach komm, da konnte ich doch gar nichts machen Ich habe voll zu dir geguckt Und ich sehe so bei mir auf einmal Liegt da eine Granate genau bei mir Ja, die hatte ich dir geschenkt Ähm Das ist ein bisschen unfair Weil meiner Meinung nach kann ich so weit schießen Oh Hallo Alles gut bei dir? Ja, ich wollte Ich wollte Ein nächster Schwert Palle, Palle, Palle Na Ja Hi Nein Warum, du Krottel? Mann, Alter Warum springst du denn da immer an? Statt einfach stehen zu bleiben Zwei Punkte, das Sicher, dass das so smart ist, als du aktivierst? Nein Ja, unentschieden Sehr ehrenhaft von dir, ja So, komm jetzt Gib mir das, was ich brauche Ja Ja, ich gebe sie mal da hin Vorsicht, Palle Äh, Laser Oh, nein Ich spring, Palle Oh Hä Ah, du bist tot Mhm Lass uns nicht drüber reden Vorsicht, Laserschwert Lauf nicht rein Guck, ich hieß noch eins Willst du das haben? Ah, das ist diese Guck, da unten ist es Oh, es hat sich runtergemuffen Hä Ich wollte unten langlaufen ganz schnell Aber die Lava stieg auch an Und dann bin ich abgesprungen aus Reflex Und dann bin ich gestorben Ich hab ein Laserschwert Ich hab ne War halt das nicht Oh Alter, das war knapp Oh Nein Alter, das war geil Das wäre so ein geiles Finale gewesen Das war richtig Star Wars-mäßig Nein Hey Nein So, okay Leute, das war's mit der Folge von Spider-Hack Zusammen mit Paluten, der jetzt gerade nicht mehr da ist Weil ich ihn gekehlt habe Falls ihr noch mehr davon seht Wollt das gerne Daumen nach oben und ein Abo da Und schaut bei Paluten vorbei Der hat nämlich wieder eine Folge Fahrrad zum Latter hochgeladen Und ich glaube, diesmal habe ich gewonnen Ich will aber nicht spoilern Deswegen schaut gerne mal ran So, das war's bis zum nächsten Mal Ciao Wollt das war's bis zum nächsten Mal Wollt das war's bis zum nächsten Mal Wollt das war's bis zum nächsten Mal